Die Stadtgemeinde Kapfenberg hat auch heuer wieder dafür gesorgt, dass den jüngsten Gemeindebürgern während der Semesterferien nicht fad wird. Eine ganze Woche lang war für die Kinder Spiel, Spaß und Sport angesagt. Das Highlight war natürlich auch heuer wieder der Skikurs in Turnau. Den Kindern hat es toll gefallen. Danke an das gesamte Skilehrer-Team vom KSV. Die haben wieder hervorragende Arbeit geleistet. Das Skifahren macht hier so viel Spaß, dass man spürt, dass das auch auf die Eltern und auf die Großen übertragen wird, die heute hier erinnern sind. Die haben alle auch, hätte ich gesagt, sich mitgefreut und es war eine gute, schöne Woche hier in Turnau. Die nächsten Ferien kommen bestimmt und so laufen bei der Stadtgemeinde bereits die Planungen für die Sommerferien. Also ich mache jetzt schon darauf aufmerksam, wir werden auch ein tolles Sommerprogramm haben, mit vielen, vielen Möglichkeiten für die Kinder, klein und größer. Und auch das war jetzt auch in den Ferien so, ja, hunderte Kinder wieder dabei und das ist schön so.